Radio 1, Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Behandlungen auf höchstem Niveau. klinikbetanien.ch Dr. Stefan Plaschi ist Facharzt für orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparats. Seine Patienten betreut er seit 2015 in der Privatklinik Bethanien. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Grüezi, Herr Eki. Man hat so ein bisschen das Gefühl, extrem viele Menschen haben Probleme mit dem Bewegungsapparat. Hat das zugenommen? Das ist sicher so, dass die Krankheiten an dem Bewegungsapparat zunehmen. Das hat natürlich zu tun mit der zunehmenden Überalterung unserer Bevölkerung. Also da sieht man schon ganz klaren Trend zum Mehrgelenkproblem. Gerade in dem Gebiet, in dem ich tätig bin, den künstlichen Gelenken, da hat man schon immer mehr zu tun. Es werden immer mehr künstliche Gelenke implantiert. Und ich denke, das ist schon ein zunehmender Trend. Also über Alterung, sagt ihr, einerseits gibt es noch weitere Ursachen? Das hat sicher auch damit zu tun. Wir haben immer mehr Leute, die übergewichtig sind. Auf der anderen Seite hat es auch immer mehr jüngere Patienten, die schon zum Teil relativ früh für eine solche Behandlung kommen, aufgrund von Verletzungen, Sportverletzungen, Verkehrsunfall und so weiter. Die dann auch schlussendlich zu einer entscheidenden Abnutzung im Gelenk führt, wo man sich unter Umständen entschliessen muss, ein künstliches Gelenk einzusetzen. Die Gelenke, wenn ihr wehtut, dann fällt man ja automatisch unbewusst. Sie kann von Fehl bewegen, dass sie einem nicht mehr so wehtut. Also die Folge von so einer Arthrose, die ist immens, könnte ich mir vorstellen. Die Folge von einer Arthrose ist natürlich das, die Leute bewegen sich weniger, sie schonen sich, die Muskulatur geht zurück, die Beweglichkeit der einzelnen Gelenke wird schlechter. Und als Nebeneffekt ganz häufig einfach die Leute sitzen da oben, sie essen, trinken, also sie hemmen zu und dadurch haben sie noch mehr Belastung auf diesen geschädigten Gelenken. Und das ist natürlich letztlich so ein bisschen ein Teufelskreis. Und was man immer wieder antrifft, sind Leute, die kommen, wo man sagt, ja, aber sie sollten 20, 30 Kilo abnehmen. Sie denken, ich kann nicht mehr abnehmen, ich bin... Es tut mir immer so weh, wenn ich nur schon ein paar hundert Meter laufe. Ich kann nicht mehr gehen laufen. Und das ist ein bisschen die Krux, oder? Einerseits will man das abnehmen, was auch wieder eine bessere Voraussetzung wäre, für allenfalls nach der Operation. Aber eben die Leute, die bewegen sich dann zum Teich herum, sitzen nur noch herum. Also ein gewisser Teil selbst verschuldet, durch einen Lebenswandel, kann man sagen. Ja, letztlich schon. Also ich denke, es ist wirklich ein Teufelskreis, wenn man natürlich ein Knie hat, das kaputt ist und wehtut. Und ich verstehe dann auch, dann hat man nicht mehr Lust, einen Abendspaziergang zu machen oder mit dem Hund eine Runde zu drehen. Oder ins Fitnesscenter. Sondern dann findet man es vielleicht bequemer, nach Hause zu sitzen und Fernsehen zu schauen. Klar, letztlich ist es natürlich schlecht für diese Patienten. Gibt es auch erbliche Belastungen, die zur Arthrose führen können? Das gibt es sicher. Also wir wissen, es gibt gewisse angeborene Geschichten, zum Beispiel in den Hüften, Fehlstellungen in den Hüften, die langfristig eine Zerstörung des Gelenks machen können. Dann wissen wir, es gibt familiäre Häufungen. Es gibt eine gewisse Familie, wo sehr viele Leute Arthrose entwickeln. Frauen insgesamt haben ein bisschen mehr Arthrose als Männer. Also es sind schon gewisse Faktoren, die man nicht zwingend beeinflussen kann. Das ist durchaus so. Wenn jetzt eine Arthrose anfängt, merkt man das erst mit dem Schmerz? Oder gibt es schon vorher Anzeichen, wo man sieht, da werden wir in ein Problem hineinlaufen? Der Schmerz ist sicher ein klassisches Zeichen. Die meisten Leute werden darauf aufmerksam, weil es anfangs wehtut, wenn es länger läuft. Zum Teil am Morgenmuffstatt anlaufen tut es weh. Immer wieder erlebe ich aber auch Leute, wo es heisst, ich habe meinen Mann, meinen Partner usw. haben gesagt, du hinkst ja. Also wo man es selber nicht einmal so klar wahrnimmt, aber wo man dann von der Umwelt ein bisschen darauf aufmerksam gemacht wird. Aber ich denke, das Leitsymptom ist sicher der Schmerz, der Anlaufschmerz, der Morgenlichschmerz. Das ist sicher so die klassische, die klassische Symptomatik am Anfang von dieser Erkrankung. Und mit der Zeit nimmt der Schmerz natürlich zu, er wird konstant. Und in den spaten Stadien haben die Leute häufig Nachtschmerzen, Ruheschmerzen. Also sie verwachen sogar in der Nacht, sie drehen sich und das Knie tut wieder weh. Das ist dann schon aber ein spätes Stadium eigentlich von der Erkrankung. Jetzt haben wir vorhin gesagt, Bewegung würde gut tun. Aber jetzt gehört man auch viel, wenn man jemanden trifft mit Knieproblemen oder Hüftproblemen. Ja, das war wegen dem Jogging. Ich war in jungen Jahren ein leidenschaftlicher Läufer. Also Sport kann dich eben auch ins Gegenteil umschwenken. Ja, also ich glaube, das ist einfach ein Samenmehl. Es gibt keinen Beweis für die Behauptung. Okay. Ich selber, ich bin ein passionierter Sportler und habe mein ganzes Leben Sport gemacht. Und Sport heisst nicht primär, das wird in einer Arthrose nennt. Überhaupt nicht. Aber was man natürlich muss sagen, Sportler haben ein bisschen häufiger Verletzungen. Also man hat zum Beispiel macht sich beim Schuten den Meniskus kaputt, das Kreuzband, muss das Flicken. Und das sind dann natürlich schon Verletzungen, die unter Umständen in 20, 30 Jahren zu einer Schädigung führen können. Und damit wieder zu einer Arthrose. Aber Sport an sich ist überhaupt kein Grund, zu einer Arthrose zu entwickeln. Jetzt habe ich viel gehofft, die sagen, ja, nicht joggen. Das tut mir leid. Also ich habe selber, ich habe viel Marathon gerennt, ich habe Triathlon gemacht. Und ich kann heute von meinen Gelenken, ich kann null beschweren. Ich bin lebendig beweist, dass Sport nicht zu einer Arthrose führen muss. Kommen die Leute tendenziell zu spät zum Arzt? Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Es ist etwas unglaublich Individuelles. Ich habe Leute, die kommen, wo man sagen, das ist jetzt also bescheiden, sie haben noch nicht Langschmerzen. Wenn man sie untersucht, findet man so ein bisschen mässig, das Röntgenbild zeigt sie, vielleicht diskrete Symptome. Sie sagen, ich halte es nicht mehr aus, da muss morgen etwas gehen. Und hankerum hat man Leute, die schwerste Arthrose haben, ein Röntgenbild, das man nicht weiss, oder das man sieht, das ist schwerst kaputt. Und die sagen, ja, mit dem kann ich schon noch umgehen. Machen Sie mir Spritze oder geben Sie mir Tabletten. Also ich hatte gerade der letzte 90-Jährige mit einer schwersten Arthrose, und sie haben gesagt, dann gehen jede Woche ein paar Stunden zu Bett mit spielen, spielen wir 90. Nein, operieren kommt nicht in Frage. Spritze und fertig. Also das ist unglaublich. Schmerzempfinden in dem Fall. Schmerzempfinden ist etwas unglaublich Subjektives. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig für uns, dass man letztlich nicht ein Röntgenbild behandelt oder nicht eine Deformität oder etwas, sondern dass man den Patienten einfach in seinem Wesen erfasst und dann entsprechend behandelt. Und es gibt effektiv Leute mit von uns aus gesehen sehr wenig Symptome oder sehr wenig Veränderungen, die aber absolut leiden und die man unter Umständen operieren muss. Wenn man am Anfang vor eine leidende Geschichte ist, nehmen wir jetzt mal, man kommt rechtzeitig. Da ist etwas, das ist noch nicht wahnsinnig schlimm. Was habe ich überhaupt für Möglichkeiten, da noch gegen Steuze zu gehen? Wir haben sicher konservative Möglichkeiten mit guter Therapie, Physiotherapie, Muskeltraining, ein paar Medikamente, die so etwas dagegen helfen können. Es gibt gewisse Sachen, heute spricht man auch von der Eigenbluttherapie, die möglicherweise einen gewissen Stellenwert hat. Man kann es sicher noch ein bisschen beeinflussen. und das Wichtigste ist halt schon, dass die Leute sich bewegen, dass sie nicht zusätzlich an Beweglichkeit verlieren und vor allem nicht einen zunehmenden Muskelabbau haben. Und das ist das Wichtige, und da kann man sicher gegen Steuern gehen. Da sieht man ja auch wieder, dass die Arthrose häufig schaubweise verläuft, mit entzündlichen Phasen, wo man dann unter Umständen auch ein bisschen mit entzündungshemmenden Medikamenten hinterher kann. Und so kommt man unter Umständen wieder in ein Gleichgewicht rein, das dann zum Teil über Jahre wieder in einer einigermassen stabilen, in einer stabilen Situation ist und so kann zuwarten mit einer Operation. Aber ein Zurück ist nicht möglich? Ein Zurück ist sicher nicht möglich. Also ein Gelenkschaden, der im Gang ist, eine Abnützung, die im Gang ist, im besten Fall stagniert das, aber dass das wieder zurückgeht, das ist leider bis heute nicht möglich. Wann ist der Punkt da, wo man muss sagen, jetzt muss man eine Operation machen oder jetzt ist sicher sinnvoll, eine Operation zu machen? Ich glaube, das ist extrem subjektiv. Letztlich ist dann der Moment, wenn der Patient sagt, jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt habe ich dauernd weh, ich kann nicht mehr gehen, laufen, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich verwache in der Nacht. Ich will jetzt endlich aufhören, immer nur Schmerzmittel zu nehmen. Ich glaube, das ist der gute Zeitpunkt. Ihr seid spezialisiert auf Knie und Hüfte. Ja, ja. Könnt natürlich alles, aber er hat mich jetzt darauf spezialisiert, weil natürlich die Medizin noch komplex ist geworden. Hat es immer mit einer Einlage, respektive mit einem Fremdkörper, die in den Körper also eine Prothese, hat es immer mit dem zu tun? Also geht es nicht anders? Eine Operation heisst zwingend immer, ich habe ein Hüftgelenk oder ich habe irgendwie künstliche Eichnen? Nein, nein. Es gibt natürlich, es gibt, wie gesagt, so ein bisschen wie Vorstufen. Also, es gibt, sagen wir jetzt, ein Knie, wenn jemand eine Kreuzbandverletzung hat oder eine Meniskusverletzung, das ist klar, dann flicken wir das. Wenn aber die Abnützungen da sind, dann muss man entscheiden, ist es soweit für ein Kunstgelenk oder hat man noch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Achskorrektur zu machen? Das ist etwas, was früher sehr viel gemacht wurde, ist heute ein bisschen durch die Dünn Wurst. Achskorrektur, wenn jemand zum Beispiel ein starkes Ohrbein hat und damit die Innenseite am Knie geschädigt ist und überlastet ist, hat man Korrektur gemacht, richtig leichtes X-Bein mit der Idee, die Innenseite umgelenkt zu entlasten, mehr ein bisschen die Hauptbelastung, ein bisschen ins Zentrum beziehungsweise nach draussen verschieben und so den geschädigten innere Anteilen zu entlasten. Das hat man früher sehr viel gemacht. Heute sind wir einfach in der Prothetik, also bei den Kunstgelenken so weit, dass man in solchen Fallen eher eine Teilprothese machen würde, also nicht das ganze Gelenk ersetzen, sondern nur die Innenseite. Das ist ein deutlich kleinerer Eingriff für den Patienten, technisch sicher gerade so anspruchsvoll wie eine ganze Prothese, aber kann unter Umständen eine ideale Lösung sein, um wieder 10, 15, 20 Jahre den Patienten wieder schmerzfrei zu machen. Und darum, man muss es ganz abgestuft sehen, ist es eine Operation, wo man noch nicht künstlich irgendetwas macht oder sind wir schon im Stadium, wo man mit über Prothetik reden muss und dann ist es Teilprothese innen, aussen, wir haben heute auch Prothese nur für Kniescheiben, also man muss das wirklich sehr differenziert anschauen und dann aber im fortgeschrittenen Stadium ist es dann meistens an der ganze Prothese, wo man wirklich alle geschädigten Gelenkanteile ersetzt tut. Und wenn man da auf die Entwicklung schaut, wenn ich mich noch erinnere, als ich noch in der Schuhe war, ich war Jahrgang 75, da ist eine Solzengelenkoperation, wenn man das im Schuhfernsehen sah, das war unglaublich, da hatte man das Gefühl, das will ich nie erleben. Und mittlerweile, wo stehen wir in der Medizin diesbezüglich? Es ist sicher wahnsinnig viel gegangen in den letzten 15, 20 Jahren. Wir haben neue Implantate, verbesserte Implantate, wir haben auch neue Operationstechniken, also ganz eindrücklich ist das sicher an der Hüfte gewesen, wo man früher noch einen 30 cm Schnitt gemacht hat, die ganze Muskulatur abgelöst und dann wirklich alles offen vor sich gehabt hat und heute macht man noch einen 10 cm Schnittli, dort kein Muskel mehr ablösen, sondern zwischen Muskelbüch und das ist sehr viel filigraner worden die ganze Geschichte. Wir haben Implantate, zum Beispiel an den Hüften, ich brauche sehr viele Kurzschaftsprothesen, die weniger voluminös sind, die man später gut revidieren könnte, wenn das der Fall ist. Und an den Knie haben wir natürlich auch neue Implantate bekommen, da sind wir immer zusammen mit der Industrie am Weitersehen und da ist sicher vieles gegangen von der klassischen Prothesen, wie man sie heute auch noch macht, also wo man die geschädigten Oberflächen ersetzt und was wir heute sicher neu haben, was wirklich ein Meilenstein ist, das sind heute Massprothesen, das sind Prothesen, die individuell auf die Anatomie vom einzelnen Patienten werden die aufgrund von Computerdaten der Ingenieure aufbereitet und dann wird aus dem 3D-Drucker eine Prothese hergestellt, die wirklich massgeschneidert ist auf das Knie des einzelnen Patienten. Wie werden die Daten des Knie so genau gemessen? Man muss ein Computertomogramm machen vom ganzen Bein, also das schliesst das Hüftgelenk und Sprunggelenk mit ein und da werden verschiedene Sequenzen gefahren und aufgrund von dem Plus den Daten die ich dem Ingenieur liefere, also ich sage dem Patienten hat so eine Fehlerstellung, so viel Grad, er hat Streckdefizit und so weiter. So in Zusammenarbeit mit dem Ingenieur wird dann genau alles errechnet, wie muss man Korrektur machen, was will man nachher für einen Winkel, wie will man die Beweglichkeit und so weiter. Und so kann der Ingenieur dann quasi die Daten übermitteln, damit die aus dem 3D-Drucker wirklich so eine Prothese herstellen. Und das ist schon etwas wirklich eine kleine Revolution. Also da sind wir ganz klar einen Schritt weiter, als wir das noch vor einigen Jahren waren. Und ich denke, das wird die Zukunft sein, der Knieprothetik, dass man in richtige Masslösung geht. Das ist sicher etwas sehr eindrucksvolles und ist noch nicht allzu lang auf dem Markt. Das ist eine Schweizerfirma, Schweizer Präzisionsarbeit. Das ist sehr eindrücklich. Ich bin die Firma die Geneve hier vor 10 Jahren angeschaut. Das ist sehr eindrücklich, wie die gearbeitet wird. und ich bin jetzt Anwender dieser Prothesen seit einiger Zeit und bin selber immer wieder fasziniert, wie präzise das ist. Ich komme von dieser Firma am Schluss eine Prothese rüber, genau ein Modell plus ein Zwischenteil, den Gleitteil dazwischen. Ich habe nichts anderes, aber sie sitzen immer. Es ist wahnsinnig, man hat zwar noch zu viel Erfahrung damit, die sind einer der wenigen, die das praktizieren. Patientinnen und Patientinnen und Feedback. Bis jetzt sehr viele zufriedene Patienten, die glücklich sind. Sie kommen häufig nach sechs Wochen, das ist ein üblicher Kontrolltermin, nach sechs Wochen kommen sie in die Sprechstunde und zeigen schon praktisch eine normale Beweglichkeit. Das ist schon sehr eindrücklich, das hat man früher nie gehabt. Bis jetzt sind die Erfahrungen sehr gut, es macht einem Freude, wenn man das so sieht. Für uns als Operatoren ist es noch ungewohnt, weil man sich gewöhnt, man alles selber kontrolliert. Früher habe ich jeden Schritt selber definiert. Ich habe geschaut, wie viel der Bänder noch lösen muss, noch etwas verändern muss, wo etwas wegnehmen. Jetzt gibt man einen Teil seiner Arbeit aus den Händen, das dem Ingenieur übertragen. Der gibt mir eine Prothese und sagt, die muss man reinsetzen, die ist es. Das ist noch spannend, weil man wirklich einen Teil der Verantwortung abgibt. Darum glaube ich, die Geschichten sind auch gut für einen erfahrenen Operateur. Bis stummt, aber ich kann mir vorstellen, dass die Situation kommt, wenn man reagieren kann. Das kann man nur, wenn man die Erfahrungen hat. Dann wüsste ich, was man macht. Was war das für ein Moment, in dem ihr das erste Mal operiert? es ist nicht so, dass man ein Video anschaut und dann denkt, drauf los und dann macht man das. Sondern ich bin vorher in Lyon, bin ich bei einem der Entwickler und nachher in der Nähe von München bei einem Entwickler. Dann geht man zu diesen Leuten, geht man in den Operationssaal, macht x von diesen Operationen mit ihnen, bis man auch selber ein Gefühl bekommt, auf was man achten muss. Und dann ist klar, irgendwann sagt man, so, jetzt machen wir die erste. Das war einfach ein tolles Gefühl. Plötzlich dachte ich, wow, das ist so einfach und das stimmt einfach. Und bin jetzt jedes Mal wieder ein bisschen fasziniert, wie die Präzision und wie gut, dass das funktioniert. Und technisch ist es wirklich nichts Schwieriges, wenn man so will. Geht das bei der Hüfte in eine andere Richtung wie es bei den Knüten? Hüften sind wir am ganz anderen Zeitpunkt. Ich kann es vorher schon ein bisschen antonnen. Man hat vor 15, 20 Jahren plötzlich ist man umgestiegen von der Philosophie auf die sogenannten minimalinvasiven Verfahren. Also eben nicht mehr die großen Schnitt, wo man einfach Muskulatur grosszügig durchschnittet hat, sondern dort sind es mehr Zugangswege, wie man zum Hüftgelenk kommt, ohne Muskulatur zu zerstören. Und das ist ein enormer Fortschritt. Es ist technisch viel anspruchsvoller geworden, weil ich nur noch einen kleinen Schnitt habe, ich habe nur noch ein sehr begrenztes Blickfeld während der Operation. Also ich stelle mir das so ein, dass ich entweder die Pfanne sehe, dann sehe ich die Oberschenkel nicht. Wenn ich die Pfanne im Becken drin habe, dann stelle ich den Schaft ein. Es ist einfach ein anderes Operieren als früher, als man alles vor sich ausgebreitet hatte, wie der Anatomie. Und dort sind vor allem Fortschritte gegangen. Am Knie geht es ein bisschen mehr in die anderen richtigen Berichtung. Individualisierte Prothese, personalisierte Prothese, das ist eine andere Technik. Wir haben eine Zeit auch andere Zugänge ausprobiert, kleinere Schnitt und so, aber das Knie ist einfach von der Anatomie ganz anders als die Hüfte. Am Knie haben sich die ganz kleinen Zugänge unterziehen und machen und so haben sich nicht bewährt. Und dort ist man eher wieder zu grosszügigen Zugänge gegangen, also übergangen, dafür eine gute Übersicht und eben dann aber die personalisierten oder individualisierten Prothese, das glaube ich ist wirklich ein Riesenfortschritt. Also der 3D-Printer findet endlich anwendig. Das ist glaube ich die Revolution, die wir schon am längsten darauf warten, aber in der Medizin wird es eingesetzt. dann, wenn man einen operativen Eingriff hat am Gelenk mit einer Prothese hätte, komme ich da wieder eigentlich in alte Form oder gibt es da gleich noch Abstriche nachschlussendlich? Ich hoffe, sie kommen in eine bessere Form. Ja gut, als wenn ich Patientin habe. Ich habe eine Prothese. Genau. Die Idee ist natürlich, dass jemand, der eine Prothese hat, wieder einen schmerzfreien guten Alltag angehen. Mit gewissen sportlichen Aktivitäten, die man etwas anpasst. Es ist nicht ideal für einen Spitzensportler, nicht für gewisse Sportarten mit sehr grossen Belastungen aufs Gelenk, mit Sprünge, Härtenbelastungen. Aber Sachen, Wandern, Velofahren, Schwimmen und eben vielleicht noch Tennis spielen und so, das ist alles. Golf spielen ist ein vieles Thema. Das geht alles wieder schmerzfrei. Das ist eigentlich auch das Ziel, dass die Leute wieder aktiv sein können. Viele von den älteren Leuten, die dann wirklich wieder das machen, was sie gerne machen und das wieder schmerzfrei ausüben. Das ist das Ziel. Wir sehen zwei Sorten Leute. Nehmen wir als Beispiel eine Knie-Operation, ein Knie-Gelenk. Die einen sind relativ schnell wieder wahnsinnig beweglich, sie forcieren sich und die anderen laufen auch noch relativ lang, ein bisschen eigenartig und kommen nicht so richtig in die Gänge. Der Patient hat auch Hausaufgaben nach so einer Operation. Was kommt auf einen Patienten zu? Wir müssen Patienten nach der Operation immer instruieren, was sie machen sollen, wie sie verhalten sollen, auf was sie aufpassen müssen. Und da sehen wir schon einen Riesenunterschied. Es gibt die Leute, die überhaupt nicht vorsichtig sind, die einfach wieder losgehen. Das hat man nicht immer gerne, gerade nach einer Hüfte-Operation sind die ersten paar Wochen die kritischsten. Da haben wir zum Beispiel ein gewisses Risiko, dass es noch die Prothesen ausrenken könnte. Und darum versuchen wir den Patienten gewisse Verhaltensregeln mitzunehmen. An der Hüfte muss ich sagen, können wir mit grössten Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die meisten Leute in einem vernünftigen Zeitrahmen wieder gut gehenfähig, schmerzfrei gehenfähig. Genüsse sind das sehr viel spezieller, muss ich schon sagen. Dort haben wir manchmal ein bisschen frustrante Erlebnisse. Man kann eine Operation korrekt machen, sauber machen, implantat sind es gut. Und trotzdem sieht man, dass es so ein bisschen harzig vor sich geht, die Leute bewegen nicht so gut, man hat noch längere Zeit ein bisschen Restschmerzen. Das ist manchmal noch recht schwierig. Hat das mit der Angst ein psychologisches Problem? Man weiss, man hat ein künstliches Kniegelenk oder irgendwie so und man hat irgendwie Angst. Ich denke, die individuelle Psyche spielt eine grosse Rolle. Und da sieht man, es gibt Leute, die getrauen sich die ersten paar Wochen kaum, sich irgendwie zu bewegen und haben überall Angst und das Bein jahrende wird steif gehalten und so. Und eben andererseits wieder Leute, die letztens wieder jemanden hatten, wo ich nach kurzer Zeit schon gesagt habe, jetzt bin ich wieder schwimmen gewesen. Beides ist nicht ganz einfach. Gut, es ist eigentlich der Patient, der motiviert ist, sein Training zu machen, aber sich gleich an gewisse Vorgaben halten. Das ist, glaube ich, die beste oder die grösste Chance, dass es dann wirklich gut kommt. Seit ihr der Arzt, wo ich dann auch wieder mal los bin oder wird das regelmässig der Gang zum Arzt nötig sein, wenn ich so eine Operation hinter mir habe? Grundsätzlich wären sie mich wieder los. Wir machen unsere Standardkontrollen nach sechs Wochen, drei Monaten, ein Jahr. Das ist so ein bisschen hervorgehend als Qualitätskontrolle, wenn man aber nach einem Jahr sieht, der Patient geht gut, er bewegt sich schmerzfrei und das Implantat sitzt radiologisch gut, dann gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, ihn weiter zu betreuen. Also, es gibt viele Leute, die sieht man nach einem Jahr als letztes Mal. Aber, auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben ja mehrere Gelenke und ich habe noch viele Patienten, die am Schluss haben zwei Hüftgelenke, Kniegelenke und so weiter und die sieht man dann zum Teil über viele Jahre kommen sie halt wieder und jetzt ist halt die andere Hüfte an oder das andere Knie. Und von dort her haben wir schon Leute, die über Jahre immer wieder mit Gelenke Problemen zu einem kommen. Wie lange halten die Prothesen? Wir gehen heute so sicher von 20 und mehr Jahren aus. Also die Prothesen, die gut gemacht ist, korrekt gemacht ist, die normal einheilt, können wir erwarten, dass sie 20 bis 30 Jahre hat. Und auch dort muss man ein bisschen schauen, eine Prothese besteht ja einerseits aus metallischen Anteilen und dann hat es sowohl in den Hüften wie auch im Knie haben wir ja auch noch Herdplastik das Polyethylen und das Polyethylen ist für das Gleiten wichtig, aber das Polyethylen ist sicher der schwächste Teil an dieser ganzen Paarung oder der, der am ehesten an einem Verschleiß unterworfen ist. Und da muss man einfach den Leuten ganz klar sagen, wenn sie 15, 20 oder mehr Jahre Schmerzen bekommen, können das zeigen, machen die Kontrolle, weil unter Umständen es ein Verschleiß des Polyethylen, also des Zwischenteils. Und wenn man sieht, die Prothese an sich sitzt absolut stabil, aber das Polyethylen ist am kaputt gegangen, dann muss man unter Umständen einfach nur das Polyethylen auswachsen, das ist dann nicht so eine riesige Geschichte. Und die Prothese hält nachher wieder die nächsten 20 Jahre. Also darum ist einfach, wenn man ein künstliches Gelenk hat und irgendwann Symptome wieder hat, Schmerzen, wieder Schwelung, dickes Knie oder Hüftschmerzen, dann muss man es zeigen. Und dann muss man reagieren und schauen, was ist los. Und kann dann unter Umständen durch eine relativ kleine Intervention quasi das Gelenk wieder wie ein frisches machen. Und die künstlichen Gelenke, die werden problemlos vom Körper akzeptiert? Grundsätzlich ja. An der Hüfte ist es ja so, dort arbeiten wir praktisch nie mehr mit Zement, das wird praktisch alles cementfrei eingesetzt. Das heisst, sowohl im Becken wie im Oberschenkel wird die Prothese eingeschlagen und durch diese Oberfläche, in der Regel auch die Tanoberfläche, dort wächst der Knochen daran und das gibt eine sehr stabile, feste Verbindung. Knie ist ein bisschen anders, Knie haben wir vorwiegend Systeme, wo man zementiert, wird, aber auch das gibt in der Regel wirklich stabile Verbindungen, wo man davon ausgehen kann, dass die eben langlebig sind. Es gibt solche Gelenke, die nicht richtig einheilen, da muss man aber immer den Grund suchen, was ist los, wieso ist das nicht eingeheilt, ist mechanisch etwas falsch, oder eine ganz schwierige Problematik, steckt irgendein Infekt dahinter, also bei der Operation z.B. reinkommen oder später anlässlich von irgendeinem Infekt im Körper, der sich in diesem Gelenk abgelagert hat, und die dazu führen, dass die Prothese nicht ganz stabil ist, muss man unbedingt abklären und entsprechend handeln. Wir haben nur einen ganz kleinen Einblick gegeben in ein wahnsinnig spannendes und intensives Thema. Dr. Blaschi ist Facharzt für orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparats. Er betreut seine Patienten in der Privatklinik Bethanien. Danke für diesen spannenden Einblick. Danke Ihnen für das Interesse. Radio 1 Visite, der Medizinpodcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien.